Heinz Simon Keller ist ein Schweizer Schauspieler und Regisseur. Seit der Spielzeit 2013-2014 ist der Intendant des Theaters der Keller in Köln. Leben Keller absolvierte von 1979 bis 1982 eine Schauspielausbildung an der Hochschule für darstellende Kunst Mozarteum in Salzburg, die er mit einem Schauspieldiplom abschloss. Seit Anfang der 1980er Jahre war er schwerpunktmäßig als Theaterschauspieler mit diversen Festengagements und Gastengagements an verschiedenen Theatern in der Schweiz und in Deutschland tätig. Er hatte Festengagements am Stadttheater Ulm, am Staatstheater Karlsruhe, am Staatstheater Kassel und am Stadttheater Heidelberg. In Heidelberg spielte er unter anderem den Oberon in Ein Sommernachtstraum, den Edmund in König hier und die Titelrolle in Amphitryon von Peter Hax. Außerdem trat er dort in Stücken von Karl Sternheim und Thomas Bernhard auf. Für die Spielzeit 2006-2007 ging Keller noch einmal mit einem Festengagement an das Städtebundtheater Biel-Solothurn. Dort spielte er den Läster in Maria Stuart, den Anderu in eine Mittsommernacht-Sexkomödie von Woody Allen und in der Erstaufführung von Dunkel-Lockende Welt, einem Theaterprojekt von Klaus Händel. Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet Keller als freiberuflicher Schauspieler. Unter anderem spielte er am Seeburg-Theater in Kreuzlingen und am Theater der Keller in Köln. 2010 übernahm er als Einspringer für den erkrankten Dietrich Siegel die Rolle des Zahnarztes Dr. Julian Desforges in der Boulevard-Komödie Die Kaktusblüte an der Komödie im Bayerischen Hof in München. In der Spielzeit 2010-2011 inszenierte er am Theater der Keller das Schauspiel Die Banalität der Liebe von Savion Liebrecht. Ein Theaterstück über die Liebesgeschichte der beiden Philosophen Hannah Arendt und Martin Heidegger. Keller übernahm auch Rollen im Film und im Fernsehen. Im Kino war er in Nebenrollen in Die Weiße Rose Engel und Joe und in Bottrop Boys zu sehen. Er hatte außerdem Episodenrollen in den Fernsehserien Sankt, Angela der Clown, Alarm für Cobra 11, Lindenstraße und Soko Köln. In der ZDF-Serie Die Rettungsflieger hatte er 2002-2003 eine wiederkehrende Serienrolle. Er spielte Carsten, den Freund der Notärztin Sabine Petersen. 2010-2011 verkörperte er in der ZDF-Telenovela Lena Liebe meines Lebens die Rolle des zwielichtigen Geschäftsmanns Sven Kahl. Keller arbeitete außerdem als Sprecher für Hörspiele. Er wirkte unter anderem in Hörspielproduktionen des Westdeutschen Rundfunks mit. Keller ist Mitbegründer des 1996 in Heidelberg gegründeten Theater Blackbox. Dort war er als Regisseur und Schauspieler tätig. Zuletzt führte er Regie in der Schmerz, Frau Müller muss weg und wut. Mit der Schmerz gewann Keller den Kurt Hackenberg-Preis für politisches Theater. Zur Spielzeit 2013-2014 übernahm Keller die Leitung des Theaters der Keller in Köln. Filmografie 1982 Die Weiße Rose Der Fahnder, der zweite Zeuge 1998 Sankt Angela 2001 Engel und Joe 2001 Der Clown 2001 Forsthaus Falkenau Der Bussard greift an 2002-2003 Die Rettungsflieger 2006 Tatort, der schwedische Freund 2006 Alles was zählt 2006 Bottrop Boys 2007 Lindenstraße 2008 Soko Köln 2008 Alarm für Cobra 11 Die Autobahnpolizei 2010 zu 2011 Lena Liebe meines Lebens Da ist es Das ist Die Autobahnpolizei Die Autobahnpolizei 2010 Vielen Dank.